So, nachdem meine Runcam Split über eine Woche lang im Zoll hing, bin ich nun endlich mal dazu gekommen sie einzubauen. Danke Runcam für die neue Cam. Und habe auch gleich ein paar Probeaufnahmen gemacht, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Der Einbau der Split war sehr angenehm. Ich habe sie einfach über meinen Flight Controller verbaut. Angeschlossen wird sie wie jeder andere FPV Cam, nämlich über 3 Kabel, Plus, Minus und das Kabel für das Videosignal und dann kann man noch zusätzlich an der Platine den Audio Kanal abgreifen. Die Cam liefert gleichzeitig ein FPV Bild und nimmt auf einer SD Karte in Full HD auf bei 60 Bildern pro Sekunde. Das FPV Bild ist hier in 4 zu 3 und hat ein Blickfeld von 130 Grad. Das HD Bild wird in 60 zu 9 aufgenommen und hat einen schönen Weitwinkel von 165 Grad. Optional gibt es noch ein Wifi Modul dazu, mit dem man dann die Cam mittels einer App mit dem Smartphone verbinden kann. Zum Auslesen der Videos muss die Karte nicht entfernen werden, man kann sie einfach mittels USB am Computer anschließen und sie wird dann als Laufwerk erkannt. Das FPV Bild ist ok, aber nicht herausragend. Die Qualität der HD Aufnahmen hingegen geht aber voll in Ordnung. Der Ton ist etwas kratzig, mir würde es sich eventuell empfehlen das Mikrofon etwas abzudämmen. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Alles in allem bin ich mit der Split sehr zufrieden. Sie ist eine echte Alternative zu wesentlich schwereren und teureren GoPro. Also wer HD-Aufnahmen mag, aber das Gewicht seines Setups deutlich reduzieren will, ist hier mit meiner Meinung nach gut bedient. Ich möchte anmerken, die Aufnahmen über die Straßen entstanden sonntags in einem Industriegebiet und die Straßen waren unbefahren. Vielen Dank fürs Zuschauen, falls es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Bis dann!